Dirk Bach, hallo. Hallo, schönen guten Tag. Bernhard Ruecker, hallo. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Gündnis Zambo, hi. Hallo. Daniel Krüger, guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Freut mich. Simon Gose Johann, hallo. Ja, hallo, Julian, guten Tag. Der Preis ist heiß. Hallo, Harry Weinfurt. Hallo und einen wunderschönen guten Tag zu euch rüber. Kultkomiker Mike Krüger, hallo. Wunderschönen guten Tag. Maren Gilze, hallo. Hallo, herzlich willkommen. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen. Hallo, Freunde, zur neuesten Ausgabe vom Sprechplanet. Mein Name ist Julian Schlichting. Schön, dass ihr euch wieder eingefunden habt hier zu unserem Seminar quasi, zum Thema Alles, was zählt. Dozent, wenn ihr so wollt, wird heute Dennis Grabosch sein. Er wird mir gleich live am Telefon Rede und Antwort stehen. Alles, was zählt, läuft nun auch schon seit fast drei Jahren und das sehr erfolgreich. Er spielt dort den Eiskunstläufer Roman Wild, der sich aktuell gerade wieder mit Dennis Öztürk, ja, wie soll man sagen, zusammenfindet, würde ich mal sagen. Darüber werden wir sprechen. Unter anderem nach drei Jahren gibt es natürlich viele Geschichten, die er schon gespielt hat. Wir wollen ein wenig sprechen über die Serie. Ich freue mich, dass Dennis sich Zeit genommen hat hier heute für uns und für euch natürlich. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an, oder? Er wartet ohnehin schon bei uns im Telefon und da sicherlich sehr viele Fans der Serie gerade zuhören und denken, Mensch, laber nicht so viel, lass Dennis zu Wort kommen. Ein Jingle und dann geht's los mit dem Gespräch mit Dennis Grabosch und mir. Last but not least, viel Spaß. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Und jetzt ist er auch schon am Telefon, Dennis Grabosch. Hi. Grüß dich, hi. Seit 2006 gibt es jetzt alles, was zählt, wird auch schon drei Jahre alt. Ist die Zeit für dich bisher schnell vergangen oder kommt dir das schon lange vor? Kommt drauf an. Es gibt Tage, die vergehen wie im Flug und es gibt Tage, da denkst du, es sind 20 Jahre. Wie bist du denn damals an die Rolle gekommen? Gab es ein direktes Casting oder wurdest du speziell angefragt? Ich wurde, das war ein sehr langer Castingprozess. Ich bin ganz am Anfang mal angefragt worden, da wurde aber nichts draus. Und als es dann ein halbes Jahr später, kurz vorm Drehen war, kam dann nochmal eine Anfrage, die würden mich gerne sehen. Und das ist es dann geworden, ja. Konntest du dich vorher denn auf Stittschuhen schon gut bewegen oder hattest du das? Nein, gar nicht. Ich habe auch von Anfang an gesagt, ich kann das nicht. Ich war mal gut auf Rollerblades, aber Stittschuhlaufen war nie meins. Und würde es auch, wenn das jetzt vielleicht Leute enttäuscht, nie wirklich werden. Also es reicht. Ich habe dann relativ viel trainiert in der Zeit, wo ich in Köln war und für das, was wir da machen, hat es auch immer gereicht. Hast du also ein Double für gewisse Szenen dann? Ich habe sehr viele Double verschlissen in der Zeit, in der ich mache. Was sehr schön war, das war so die Zeit, wo Tanja auch sehr viel trainiert hat für diesen Meister. Die hat ja generell viel trainiert, aber wir haben viel zusammentrainiert. Und die hat mir sehr, sehr geholfen bei einigen Dingen und bei einigen Meisterschaftsdrehs. Ansonsten wurde ich halt von meinem Double unterrichtet und ich hatte ganz am Anfang eine eigene Eislauflehrerin. Und die hat mir so die Basissachen beigebracht und ja, hat irgendwie funktioniert. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es mein Lieblingssport ist und dass ich das besonders gerne mache. Die Eishallenaufnahmen werden ja logischerweise in einer Eishalle gemacht. Wie oft bist du tatsächlich vor Ort? Gibt es da beispielsweise eine Woche, wo alle Folgen des Monats für die Eishalle gedreht werden? Oder wie wird das produziert? Nein, das wird wöchentlich disponiert, jeweils zu dem Blog. Einem Blog sind fünf Folgen und dazu gibt es dann immer die Außendrehbilder und das ist dann die Eishalle für den jeweiligen Blog und die fünf Folgen, die dann in einer Woche laufen. Ah ja, okay. Und welche Geschichten um Roman Wild haben dir bis jetzt am meisten Spaß gemacht oder dich vielleicht auch sehr gefordert? Roman Wild fordert mich generell, weil das halt so ein... Mir hat mal jemand ganz böse gesagt, du misst dieser Rolle so eine unglaubliche Bedeutung bei und steigerst dich da so obsessiv rein, um den Fakt zu kaschieren, dass du in einer Soap spielst. Vielleicht ist da was dran, das weiß ich nicht. Oder vielleicht will ich es nicht wissen. Ich habe halt immer so gearbeitet, also meine Rollen sind mir schon wichtig und die müssen Sinn ergeben. Und deswegen ist es halt, ja, rein gedanklich, also teilweise sehr stressig, gerade wenn man in so einer Soap, man muss ja manchmal auch Sachen machen, wo der Charakter oder die Charakterisierung einer Figur einem Plot unterliegt. Und dann zu motivieren, dass das immer noch Sinn für dich ergibt und ich fühle mich halt schon verantwortlich für den Charakter, den ich spiele, das ist manchmal nicht ganz einfach. Gab es dann auch Szenen oder Situationen, wo du gesagt hast, Mensch, das ist ja ganz schön unrealistisch oder bist du noch relativ nah dran, findest du? An dem, was ich will und was ich erreichen will für Roman Wild, bin ich eigentlich immer nah dran, weil ich alles, was ich irgendwie so gemacht habe, motivieren kann. Das funktioniert nicht immer richtig gut oder so, wie ich es dann haben wollte, aber so von der Grundtendenz gibt es eigentlich nichts, was ich mir vorwerfen könnte. Roman Wild macht als Figur psychologisch gesehen Sinn. Ich muss ihn nicht mögen und das ist aber auch nicht mein erklärtes Ziel. Ich muss nicht das akzeptable Gesicht der Homosexualität im deutschen Serienfernsehen sein, sondern ich spiele eine Rolle, die in einem dramatischen Kontext Sinn machen muss. Und das hat er von Anfang an, auch wenn er viele Dinge gemacht hat, die eigentliche Fans vielleicht, die am Anfang mal Leute, die Fans waren von Roman, am Ende eher abgeschreckt hat, die dann gesagt haben, okay, ich finde den, glaube ich, doch nicht so toll, aber psychologisch macht die Figur für mich Sinn. Und das seit sehr langer Zeit. Also ich kann in den Spiegel gucken und sagen, ich weiß, was ich versucht habe und wer genau hinguckt, sieht das hoffentlich auch. Also siehst du auch eine Weiterentwicklung in der Figur. Vielleicht auch in deiner Schauspielerei. Kannst du dich selber gut im Fernsehen anschauen oder wie sieht das aus? Ich kann mich nie besonders gut angucken im Fernsehen. Also es gibt so viele Dinge. Ich habe das früher immer so gehalten. Ich mache das ja, seitdem ich 18 bin. Wenn ich Drehs hatte, bei denen ich keinen Spaß hatte oder bei denen ich irgendwie Regisseur hasste oder dachte, ich habe das scheiße gemacht, die habe ich mir gar nicht angeguckt. Und manchmal passiert es an, es kommen ja immer wieder auch Wiederholungen, wenn man das über so lange Zeit macht. Und dann guckt man irgendwie zufällig in irgendwas rein und denkt, ach Gott, das hast du halt so schlimm empfunden. Das war ja gar nicht so schlecht. Oder wirklich auch manchmal das Gegenteil, dass du irgendwas siehst und denkst, Gott, das fandst du so gut, als du es gemacht hast. Was ist denn da so schrecklich? Letzten Endes ist es so, ich finde ja immer erstrebenswert, dass man ein Working Actor ist. Und das ist für mich immer ein Arbeiten an dir selbst. Und Dinge, die du irgendwann mal gut fandst, verändern sich ja auch. Sonst bleibt man, glaube ich, auch stehen. Also man muss immer auch offen sein für Neues. Und bei AWZ hat sich im Laufe dieser Zeit, die ich das mache, auch einiges verändert. Ich habe zum Beispiel früher immer, also dramatische Sachen waren immer ganz, ganz einfach. Ich habe ja ganz lange Mörder und Psychopathen gespielt. Das ist mir immer leicht gefallen. Ich hatte tatsächlich immer Angst vor Szenen, wo dann irgendwie Leute am Frühstückstisch sitzen und sich gegenseitig die Butter reichen. Und das ist das, was ich zum Beispiel bei AWZ auf einmal angefangen habe zu genießen, diese Normalität herzustellen. Das ist genauso harte Arbeit wie schreien, weinen, Leute erschießen, sich zusammenschlagen zu lassen, Leute schlagen. Und bei AWZ habe ich auf einmal so eine Selbstverständlichkeit bekommen bei Szenen, vor denen ich früher unglaubliche Angst hatte. Ja, also bist du plötzlich auch der Sympathieträger geworden so ein bisschen, ne? Ähm, ja, stimmt. Aber das finde ich auch so lustig, weil ich mag ja, wenn Figuren dreidimensional sind. Und ich hasse ja so Figuren, die halt nur grundgut angelegt sind, wo man dann auch drauf achtet, die dürfen nur nichts Falsches machen. Es ist ja mal spannend, wenn Leute Ecken und Kanten haben. Und dann zu gucken, warum sind die so, wie die sind, finde ich halt viel spannender, als jetzt der Sympathieträger zu sein. Und ich kann durchaus verstehen, wenn Leute sagen, sie mögen Roman nicht, weil der sehr viele Ecken und Kanten hat und auch nicht gradlinig nett ist. Ich glaube, Roman hat so als persönliches Ziel für sich lange Zeit gehabt, ich will Everybody's Darling sein. Das ist zum Beispiel auch eine Entwicklung, die er dann nach dieser Trennung von seinem Serienfreund Dennis Öztürk irgendwie gemacht hat. Everybody's Darling is actually no one's friend. Und das finde ich zum Beispiel eine sehr, sehr große charakterliche Entwicklung. Kannst du die Rolle auch so ein bisschen mitentwickeln? Oder gab es schon Momente, wo du gesagt hast, beim Lesen des Drehbuchs, Mensch, das passt nicht so auf Roman, das müssen wir vielleicht anders machen? Die gibt es immer bei uns. Und das ist natürlich, das ist das Tolle, wirklich an der AWZ, dass wir unglaublich tolle Regisseure haben, die alle ihren eigenen Stil haben. Wenn man Regisseure gut kennt und lange irgendwie zusammenarbeitet, unsere Regisseure kommen ja auch wieder, sind die natürlich auch bereit, sich anzuhören, was man zu sagen hat. Aber die Produktion ist es letzten Endes auch. Ich meine, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ich finde diese Storyline ganz scheiße. Und das wird Roman niemals tun. Aber ich kann natürlich durchaus genauso wie alle anderen Kollegen das auch tun können. Und das ist, glaube ich, auch das, was mit das Besondere bei AWZ ist, sagen, können wir das anders motivieren, sodass das mehr zur Figur passt. Und unsere Autoren sind da auch ansprechbar. Und das ist so ein gemeinsames an einem Strang ziehen. Das ist nicht immer einfach in so einem täglichen Format. Aber ich finde, dass wir das über lange Zeit sehr gut hinbekommen haben. Und wenn ich mir im Moment so die Folgen angucke, denke ich, nach drei Jahren, was ich nicht gedacht hätte, Wahnsinn, ich bin stolz, dass ich in dieser Produktion spielen darf. Ja. Gibt es irgendwelche Kollegen, die du vielleicht vermisst? Ich meine, nach drei Jahren sind natürlich noch viele vom ganz Anfang dabei. Aber gibt es auch welche, mit denen du gerne länger gespielt hättest? Ähm, klar. Gibt es immer. Das Ding ist nur, man hat manchmal gar nicht so viel Zeit, über sowas nachzudenken. Weil es als, also es tut immer weh, wenn ein Kollege geht. Für mich war extrem schlimm, als Birgit Wirth gegangen ist. Weil, also ich fand es bei allen Kollegen natürlich jetzt schlimm. Das klingt jetzt nur, weil Birgit Wirth hat es mir echt, da ist mir so kurzzeitig das Herz gebrochen, wo ich so dachte, das ist nicht schön. Das ist einfach nicht gut. Ja. Als Roman und Dennis dann ein Paar wurden, gab es ja sehr viel Zuschauer-Feedback, auch sehr, sehr viel positiv. Hat dich diese Geschichte überrascht oder wie fandest du es damals? Ähm, überrascht hat es mich nicht, weil ich dachte, wenn man das richtig macht, dann müsste das so sein. Ich habe eher gedacht, in Deutschland geht sowas unter, weil sich kein Schwein für sowas interessiert. Und Feedback war überwältigend. Und das Tolle eben auch, dass die Leute sich mit dem Inhalt auseinandergesetzt haben. Und die Figuren auch als Figuren wahrgenommen haben. Also, dass es nicht darum ging, wie sehen die aus. Natürlich gibt es das auch, nur ich meine, das ist halt echt so, weißt du, das Ding, was mich am wenigsten interessiert. Ja. Also, ob mich jetzt Leute attraktiv finden oder nicht, da kann ich mir ein Ei drauf backen. Also, mir geht es darum, was mich wirklich bewegt ist, wenn Leute sich auseinandersetzen mit Inhalt und dann auch Kritik anbringen, wenn sie angebracht ist. Das fand ich natürlich, als die beiden sich getrennt haben, war so, am Anfang war so eine Euphorie wie Wahnsinn, so eine Geschichte in der Soap auf dem Niveau erzählt, das ist toll. Und der Eber Dolbertschef hat das außergewöhnlich toll gespielt und ist unglaublich talentiert und ist so offen an diese Geschichte rangegangen, wo sich echt viele, viele Kollegen, die sich als gestandene Kollegen bezeichnen würden, echt eine Scheibe von hätten abschneiden können, gerade bei so einer Thematik. Ja. Und als das dann so zu Ende ging, kam natürlich auch eine Kritik und die Kritik war ganz oft berechtigt. Mhm. Und das fand ich toll, wo ich so, wo, 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 ich habe so oft im Laufe meiner Karriere irgendwie gehört, im Laufe meiner Karriere, so oft so Sachen gehört, wie der Zuschauer ist dumm. Und das ist halt was, wo ich mich nicht drauf einlassen mag. Also, ich finde, der Zuschauer ist niemals dumm, sondern er ist der Zuschauer, für den man es eigentlich macht. Den muss man ernst nehmen. Und das war toll, wirklich so viel Feedback zu bekommen von Leuten, die sehr genau hingeguckt haben und gesagt haben, jetzt nicht, weil wir die so süß finden, sondern aus den und den Gründen finden wir das Ende dieser Geschichte sehr merkwürdig und sind auch dabei, viele sind abgesprungen, was ich auch verstehen kann. Wenn jemand sagt, das gefällt mir nicht, dann schalte ich nie mehr ein. Aber es sind viele dabei geblieben und haben genau geguckt, ob da noch irgendwas da ist. Und für die haben wir auch viele Sachen nach der Trennung weiterhin gespielt, die nötig waren, um irgendwie zu dem Punkt zu kommen, dass wir nochmal neu wieder anfangen können mit der Geschichte. Hast du auch mitbekommen, dass es vielleicht Zuschauer gab, die erst durch diese Geschichte auf euch aufmerksam wurden? Ja. Also ich habe ganz viele Briefe, die ich in dieser Zeit bekommen habe, fingen an mit, ich hasse Soaps, ich würde sowas niemals gucken. Ja. Ich bin meiner Freundin gewesen, da, 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 da und was auch immer und ich kann nicht aufhören, das zu gucken, ich schäme mich, aber ich liebe diese Serie, ich liebe eure Geschichte und ich liebe das Drumherum weiter so. Ja. Ich habe auch gesehen, bei YouTube gibt es auch sehr viele Channels, die sich nur mit diesen Szenen um Roman und Dennis beschäftigen. Also der Fankreis ist dafür sehr stark da. Wie war es denn damals, als die Trennung dann quasi durchgespielt wurde? Habt ihr euch da genau überlegt, wie machen wir das, um die vielleicht auch irgendwann wieder zusammenkommen zu lassen? Ähm, ja, das liegt ja dann tatsächlich nicht an uns, sondern da musste ich halt, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, da musst du motivieren, wie schaffe ich das, das zu motivieren? Weil ich fand das sehr abrupt, das Ende. Ja. Das hat natürlich, das hat natürlich Gründe gehabt, warum das so ist und da muss man dann halt irgendwie professionell sein und das ist in der Zeit wirklich ein bisschen, das ist mir sehr schwer gefallen. Ich fand das, war ein bisschen, ein bisschen übereilt und ich fand das nicht sehr gut und ich war da sehr knatschig, worunter Igor sehr gelitten hat, weil der sehr dicht an mir dran war, wenn man natürlich versuchen muss, professionell dann seine Motivation zu finden, dass es irgendwie funktioniert. Es hat auch funktioniert und es hat auch dann irgendwann Spaß gemacht, aber generell war ich nicht besonders glücklich mit dem Ende und viele Dinge, die Fans gesagt haben, waren Dinge, die ich auch eins zu eins gesagt hätte, wenn ich damit nicht jedes Mal meinen Job aufs Spiel gesetzt hätte. Aber ich habe durchaus auch gemeckert und ich habe durchaus, es hat Szenen gegeben, wo ich wirklich da stand und zu Regisseuren gesagt habe oder sagen musste, ich mache es, ich finde es falsch, es ist nicht gut und es ist ein Schlag ins Gesicht für eine schwule Community oder für Fans dieser Geschichte, aber bitte. Bevor wir jetzt noch lange diskutieren, mache ich es. Und dann hat es auch Sachen gegeben, wo dann wirklich Regisseure ganz, ganz, ganz zauberhaft einfach Dinge auch verändert haben, dass es gut funktioniert hat. Gab es vielleicht auch ein sehr krasses, negatives Feedback? Wahrscheinlich sehr, sehr gering, aber vielleicht, ich sag mal, das Thema schwule Türken ist ja immer noch ein großes Tabu, ne? Ja, aber ich fand, das war sehr schön in der Coming-out-Geschichte, ich fand, da lag aber auch nie wirklich der Fokus drauf, also auf diesen Hintergrund. Sam Eisenstein hat das sehr schön mit bespielt mit Igor, aber es war, der Fokus lag halt wirklich ganz woanders, das war ja eher eine Selbstfindungsgeschichte und wirklich eine ganz klassische Coming-out-Geschichte. Und wir hatten das mit drin, aber es lag jetzt nicht arg der Fokus auf diesem türkischen Familienhintergrund. Und insofern gab es da, ich weiß nicht, ob Igor jemals irgendwas bekommen hat dazu oder ob Sam da jemals was zugehört hat, also ich hab, ich hab wenig, wenig, wenig negative Sachen oder Anfeindungen jetzt schriftlich oder wie auch immer bekommen. Klar, du hörst irgendwie, manchmal natürlich irgendwie Leute, die sich scheiß Schwuchtel aus der Serie oder sowas auf der Straße sagen, aber dann ist dann so eine Art von Homophobie, mit der ich ganz gut umgehen kann, weil die ist wenigstens ehrlich. Ich finde es ja schlimmer, wenn irgendwie Leute sich als ganz tolerant finden und dabei viel, viel homophober sind als irgendein Volldepp, der auf der Straße steht und sagt, ich finde Schwule scheiße. Wie oft kam es vor in den letzten Monaten, dass du gehört hast, Mensch, die beiden müssen wieder zusammenkommen? Und ich hab, das hat ja nie so wirklich aufgehört, dass Leute danach geschrien haben, man sah halt wie mehr und mehr Ratten, nicht, dass ich die Fans jetzt Ratten bezeichnen will, das sinkende Schiff verlassen haben, aber es gab noch genügend Ratten, die um das sinkende Schiff rumgeschwommen sind und da fiel dann immer wieder dieses Leute, die Geschichte ist doch nicht zu Ende, erzählt bitte, erzählt sie zu Ende. Und ich hatte die Hoffnung allerdings für mich aufgegeben, weil ich hab ja zu dem Zeitpunkt schon irgendwie diese Axel-Schwarz-Geschichte gespielt und war darauf konzentriert und auf einmal hieß es dann, wir sind ein bisschen am Überlegen, ob es nicht doch schön wäre, wenn wir die Geschichte zu Ende erzählen, weil wir haben da von einem Autorenteam eine unglaublich tolle Sache gepitcht bekommen und das geht im Moment zu RTL in die Abnahme. Da bin ich erst mal rückwärts fast vom Stuhl gefallen und dachte, jetzt hab ich hier monatelang gekämpft und geheult und war obsessiv und hab versucht immer noch den Charakter nicht ganz gegen die Bühne laufen zu lassen und jetzt hat der Charakter endlich mit Dennis Edstück abgeschlossen im Sinne von, ich würde ihn gerne hassen, aber ich kann ihn nicht hassen, ich ihn mal geliebt habe, also müssen wir irgendeinen anderen Weg finden, wenn auch Freundschaft wahrscheinlich nicht funktioniert und an dem Punkt kommt dann, und jetzt kommt er wieder zusammen, das ist toll, also jetzt wärmen wir den Kaffee auf, den kalten Kaffee, wo ich jetzt gerade diesen Kram abgehakt habe und dann hab ich die ersten Bücher bekommen und Christoph Schlewinski und der Autor, der irgendwie mit verschiedenen anderen Autoren, Max Böke und auch unsere Chefautorin irgendwie zusammen diese Sache entwickelt haben, die haben so tolle Sachen geschrieben, dass ich am Ende nur da saß und dachte, oh mein Gott, und jetzt hab ich Angst, dass ich das versaue, was das hier geschrieben ist, weil das so toll ist, aber Igor hat's gerettet. Ich hab's, glaub ich, nicht versaut und Igor hat unglaublich Sachen gespielt, wo ich immer nur denke, zum Niederknien und unglaublich talentiert. Ja, ja. Wie geht's denn jetzt weiter? Darf man schon irgendwas erzählen? Die Leute sollen's gucken. Also ich kann nur sagen, alles, was ich bis jetzt gesehen habe von dieser Annäherung, ist toll, macht unglaublich Spaß und funktioniert halt, weil diese Substanz da ist und weil die beiden was verbindet. Also ich find's sehr witzig, es ist so ein bisschen Screwball-Comedy-mäßig und es ist sehr zickig, es ist laut, ein bisschen outrageous, es sind krasse Sachen drin, wo ich denke, wahnsinnig, dass wir das um 19.05 Uhr zeigen dürfen. Wo ich beim Drehen gedacht hab, das fliegt ihr raus, aber nein, da sind sehr hübsche Sachen drin. Ja. Und auch die Show drumherum ist im Moment einfach toll, das ist ein Traum. Also meine andere Lieblingsgeschichte im Moment oder meine zwei anderen Lieblingsgeschichten sind Axel Schwarz und Nina und Jenny und Marian. Also da passieren ganz tolle Sachen und ich mag die Blöcke im Moment unglaublich gern. Würdest du sagen, alles, was zählt, ist ein bisschen realistischer als viele andere Serien? Also ich weiß zum Beispiel, damals bei Diana, die hat ja sehr lange um Julian getrauert, auch noch Monate später, wurde das als Hauptthema aufgegriffen, eben diese Trauer. Ich glaube, in anderen Serien würde das relativ schnell abgehakt werden, da ist jemand tot, nach zwei Wochen wird er nicht mehr erwähnt. Ist das bei euch anders, merkst du da einen Unterschied? Das ist aber was, was ich zum Beispiel konzeptionell mag. Was ich bei AWZ wirklich so mag, innerhalb des Formates, weil es bleibt natürlich Soap, ist, dass die Autoren und die Produktionen und auch die Regisseure, also letztendlich alle, sich immer trauen, ein bisschen das Format zu pushen und auch mal über die Stränge zu schlagen. Manchmal liegen wir damit auch sowas von daneben, dass man echt denkt, oh Gott, lass das negativ verbrennen. Auf der anderen Seite liegen wir mit so vielen Sachen dann so unglaublich richtig. Und ich finde, dieser Mut ist was, was, im Grunde genommen hat das nicht mal wirklich was mit Mut zu tun, aber im deutschen Fernsehen und in der Serienlandschaft, finde ich, machen wir hier Dinge, die sind so mutig, die würde man woanders überhaupt nicht durchkriegen. Und das Tolle ist, dass es den Leuten gefällt. Ich habe zum Abschluss nochmal fünf Sätze für dich, die ich beginne und du bitte beendest, okay? Das sind jetzt ganz schiese Sätze, oder? Naja, naja. Dann würde ich sagen, wie ich die beende, oder was? Ich versuch das mal. Wenn ich an meine Rolle 1996 bei Unter uns denke. Dann wünsche ich mir das negativ. Nein, das ist das gar nicht. Ich komme nur gerade drauf, weil es kürzlich bei Passion lief, habe ich einmal reingeschaut. Oh nein! Das ist so unfair. Siehst du, aber auch, ja, furchtbar. Okay, gut. Was ich gern im Fernsehen schaue. Darf ich nochmal was dazu sagen? Ja, klar, natürlich. Okay, Entschuldige. Das ist so, okay. Ah, boah, furchtbar. Danach habe ich gedacht, ich dürfte niemals wieder arbeiten. Das ist echt so. Ich habe so lange, ich habe, glaube ich, die nächsten Jahre, und da habe ich dann irgendwie, das nächste war ja gleich ein 90 Minuten mit Marile Milowitsch, in dem ich nicht mal so schlecht war. Und dann ging es ja auch so weiter, und dann kamen die ganzen Krimi-Geschichten. Nur ich habe mich jahrelang nicht getraut, mich Schauspieler zu nennen, weil ich immer noch das Unter-uns-Trauma hatte und wusste, da habe ich elendig versagt. Aha. Ja. Ja, gut, aber wenn ich das so gesehen habe, waren die anderen Kollegen damals auch nicht so viel besser. Mit Steffen Dürr spielst du jetzt ja auch wieder zusammen, ne? Mhm. Aber, ja, Steffen war aber, finde ich, immer so, ich war furchtbar. Ich fand niemand, niemand, niemand war so furchtbar. Und Steffen war so unglaublich charmant, und der war damals bei unter uns auch irgendwie unglaublich süß zu mir, wo ich dachte, wenn ich einen Kollegen hätte, der so scheiße spielt wie ich, da würde ich ihn echt nur behandeln, wie, weiß ich nicht, ich würde ihn gar nicht behandeln, sondern einfach nur ignorieren und versuchen, nicht zu lachen. Ja. Leute, ich schäme mich so viel unter uns. Danke, dass du das heute nochmal zersprichst. Ja, nee, kein Problem. Aber habt ihr euch denn wiedererkannt? Hat sich Steffen auch an dich erinnert dann damals? Ja, Steffen hat sich so über die ganze Zeit durch mein Leben gezogen. Das ist aber eine andere Geschichte. Das ist okay. Mal gucken, ob du ein Interview mit uns beiden machst. Das ist, ja, eine lange Geschichte. Okay, ich versuche die anderen vier Sätze noch schnell unterzubringen, ja? Entschuldige. Ich gucke ja nur englisches Fernsehen. Ich habe endlich einen Weg gefunden, hier live englisches Fernsehen zu gucken, und ich liebe White Trash, ich liebe Arthouse-Filme, ich liebe alles durch die Bank weg, wenn es gut gemacht ist und wenn es ein bisschen mutig ist und versucht, ein bisschen den Rahmen zu sprengen und schöne Geschichten zu erzählen, die character-based sind. Aber es ist halt für mich im Moment hauptsächlich englisches Fernsehen und ich liebe englische Serien. Wenn ich kein Schauspieler wäre? Dann sollte ich vielleicht der Berufsberatung folgen und die sagte Florist oder Friseur. Ah ja, okay. Meine Lieblingsband ist? Mein Mann sagte mal, ich habe den geschissensten Musikgeschmack der Welt. Ich kenne nicht mal einen Bandnamen, ich kenne immer nur Liga, die mir gefallen. Also Radiohörer? Nö, ich kaufe mir auch einfach mal irgendwie auf Blödplatten oder so oder irgendwas, was ich irgendwo höre, besorge ich mir dann und lade es mir bei iTunes runter. Und was ich gerne noch einmal machen würde? Das ist so viel, das geht auf keine Kuhhaut. Siehst du, Kuhhaut sage ich jetzt auch noch, weil du unter uns gesagt hast. Furchtbar. Okay. Allerletzte Frage. Sollte ich stellen, komme ich nicht drum rum, sonst werde ich geächtet. Wie lange bleibst du noch dabei? Hast du jemals daran gedacht, auszusteigen oder wirst du alles, was zählt, ewig treu bleiben? Ähm, es gab ja ganz klar immer wieder, mein Mann würde sich so, mein Mann betet, glaube ich, vor dem Einschlafen immer, dass die mich endlich feuern. Ich habe so viel Spaß in dieser Produktion, trotz, es ist anstrengend, es ist stressig. Ich frage mich manchmal, warum die mein Gezicke ertragen und mein Rumgemoser über dieses und jenes. Aber es ist ein so tolles Team und ich habe noch nie vorher beim Drehen so viel Spaß gehabt wie hier. Und ich konnte mich auch noch nie so viel einbringen wie hier. Ähm, ich habe am Anfang gesagt, ähm, wenn ich nach fünf Jahren noch dabei bin, möge man mich mit einem Stein erschlagen. Aha. Ähm. Das sind jetzt noch zwei Jahre übrig. Ich habe noch zwei Jahre übrig, bevor jemand mir offiziell mit einem Stein auf den Kopf schlagen darf. Ich kann es dir nicht sagen. Ich muss mal gucken. Das Problem ist natürlich, ich bin in England verheiratet und das ist so ein Long-Distance-Ding, was nicht ganz einfach ist. Ja, okay. Gut. Dennis, vielen, vielen Dank für die Zeit. Ja. Danke dir. Und alles Liebe, mach's gut. Vielen, vielen Dank, Julian. Tschüss. Bis dann, ciao. Ja, das war Dennis Grabosch hier bei uns im Sprechplanet. Ich melde mich nochmal kurz zurück. Vielen Dank, dass ihr mich noch hört. Und nicht direkt nach dem Gespräch ausgeschaltet habt, würde ich vielleicht auch so machen. Aber ich erzähle jetzt ja noch was. Ein bisschen zumindest. Und zwar unter anderem, wer am Montag hier bei uns zu Gast ist. Dieser Stand, ohne Witz, bis vor ein paar Minuten noch nicht fest, hundertprozentig, ob er am Montag hier ist oder doch am kommenden Freitag. Wir haben die Termine jetzt so koordiniert, dass die nächste Woche mal komplett ausgebucht ist. Und zwei ganz tolle Gäste warten quasi nächste Woche auf mich. Erstmal zum Montag. Da haben wir Stefan Bockelmann hier bei uns zu Gast. Er spielt bei unter uns den Malte Winter. Eine sehr, sehr tolle Rolle. Eine recht anspruchsvolle auch. Er war auch Alkoholiker, der Malte. War in U-Haft. Hat ja mit Verbrechen nicht gerade gegeizt, würde ich sagen. Aber er ist auch ein sehr netter, treusorgender Vater. In der Serie in echt sowieso. Stefan Bockelmann hier bei uns am Montag zu Gast. Ein sehr sympathischer Mensch. Ich glaube, das wird ein richtig langes Gespräch, weil er auch sehr viel redet und sehr gerne und ich auch. Und wenn man ihn schon mal zu Gast hat, kann man ja auch alles Mögliche mal fragen. Das werden wir hier am Montag machen. Ansonsten kann ich nur sagen, macht euch ein kühles Wochenende. Wir hatten ja gestern den heißesten Tag des Jahres. Deswegen würde ich sagen, Abkühlung, Abkühlung, Abkühlung. Es hat ordentlich gewittert hier bei uns. Geblitzt. Ich wohne ja hier in Norddeutschland bei Hamburg, zwischen Ruxhafen und Hamburg. Und da hat es geblitzt ohne Ende in einer Tour. Also ich glaube, in zwei Stunden mindestens alle zwei Minuten ein Blitz. Und das war auch relativ helle dann auch immer. Es hat nicht aufgehört, es hat nicht gedonnert, es hat einfach nur geblitzt. Fand ich sehr komisch. Wir haben alle Stecker gezogen. Heute läuft deswegen noch alles. Nicht zuletzt deswegen. Gibt es noch Sprechplanet. Also immer schön die Stecker rausziehen. Das war's. Vielen Dank. Ja, man kann auch mal was sagen, was ernst gemeint ist. Das war's. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Tschüss.